Ich bin Melanie, ich lehre Kältesystemplanerin bei der SSP und heute zeigt er einen kleinen Einblick in den frühseitigen Berufen. Ein Kältesystemplaner plant und realisiert zum Beispiel Klimaanlagen, gewerbliche Kälteanlagen oder Industrieanlagen. Du zeichnest aber auch Pläne und Schema mit dem CAD, die auf den Baustellen gebraucht werden. Für diesen Beruf musst du mitnehmen technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und Teamfähigkeit. Wir arbeiten viel im Team, aber auch mit anderen Fachplanern zusammen oder wir haben auch viel mit Kunden zu tun. Für diesen Beruf brauchst du vor allem technisches Interesse und falls du dich jetzt angesprochen fühlst, dann komm an der SSKills zum Messenstand der Kältesystemplaner.